Das Hauptverfahren gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Grünen-Fraktion in Hamburg-Mitte, Michael Osterburg, ist eröffnet worden. Das Landgericht erachtet den 55-Jährigen der gewerbsmäßigen Untreue in 121 Fällen für hinreichend verdächtig. Die Anklage ist damit zugelassen. Die Summe der mutmaßlich veruntreuten Fraktionsgelder beträgt laut Oberlandesgericht 33.000 Euro. Das Verfahren beginnt Mitte April. Osterburg war zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Veruntreuung und Urkundenfälschung der Lebensgefährte der heutigen Justizsenatorin Anna Galliner.